Ja? Auf jeden Fall habe ich Lust! Cool! Auf jeden Fall tue ich mich aus! Oh! Hm! Kleinen Stein soll ich ihm bringen, ne? Nein, das will ich auf jeden Fall nicht haben! Nicht schlecht! Nicht schlecht, Herr Specht! Hm! Hm! Oh, wieso? Boah! Lass mich raten, Kleinen Stein ist bestimmt hier voll selten! Ich glaube, Langton, aber sicher habe ich recht! Na denn? Ein Kleinen Stein soll ich ihm bringen! Ey, kommt er sich nichts anderes aussuchen? Ne, ein Kleinen Stein! Kleinen Stein! Ein wildes Girafarik! Ich hasse das wie... What the... Oh, Spiegelung im Wasser! Hm! Oh, ein Kramox! Nee! Kramox mag ich nicht! Ein wildes Pummel-Pummel-Pummel-Loss! Hm! Oh, hier sieht sehr nach Gestein aus! Hehe, ich habe recht gehabt! Köder! Nein! Komm zurück! Komm zurück! Ich habe auch schon mehr Glück, als ich dachte! Tja! Tja! Okay! Ich habe bestanden! Ich habe einen Kleinen Stein! Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus! Wo ist der Ausgang? Ah! Das sieht doch schon besser aus! Und jetzt... ... ... ... ... ... Du bist doch ein Idiot. Alter Mann. Egal, fliegen wir mit unseren Tauburger zurück zur Stadt. Fliegen. Okay, ein kurzer Cut. So, ich bin jetzt wieder hier. Ja, ich wollte euch sagen, ich werde den nächsten Orden, also den 6. erst den nächsten Part machen. Ja. Damit würde ich euch jetzt schon mal Schiss sagen, weil ich will nicht sofort zwei Orden direkt machen. Später, wenn ich heute Abend wieder zum Aufnehmen kommen sollte, will ich diesen Orden machen. Also bis dahin sage ich euch mal Tschüss.